1. Los. Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, heute mit uns ein Filigran. Uhu. Und wir werden heute eine Zuckerroffarm bauen. Jo. Da haben wir schon so einen Sugarcane Harvest hergestellt und jetzt werden wir da, wird mir viel helfen, wie das Ganze da so vor sich geht. Genau. Ich versuch's. Gut. Versuch doch mal, ob du die Kiste jetzt an den, ähm, an den direkt dran stellen kannst, weil hier unten muss Wasser rein. Ja. Ja? Ja. Ja, perfekt. Hier unten muss nämlich Wasser hin. Okay, dann geh ich mal. Soll ich mal, holen gern Wasser, ja. Ja, ich kann ja schon mal ein Stück weitermachen. Ja. Boah, geht das mit diesen blöden Eisblöcken, geht das ja, glaub ich, auch irgendwie, ne? Ja, das geht auch. Hat Acker, irgendwie, ich hab da nämlich welche dabei. Hat Acker nämlich. Ja, das haben wir. Genau, haben wir bei dem auch so gemacht. Okay, haben nämlich 16 Stück dabei. Du musst halt immer, ähm, die Reihe Wasser in der Mitte, weil Zuckerrohr muss immer an Wasser anschließen direkt. Ja, ja, das. Und da musst du die Reihe in der Mitte, dann machen wir zwei Reihen Platz. Ja, und dann wieder. Und dann wieder zwei Reihen Platz, dann gehen wir halt so, gehen wir rum. Weil der Harvester hat eine Breite von 17 Metern, glaub ich. Ja. 17 Meter. So muss man eben die immer weiter, immer weiter. Wie mach ich da das Eis da rein? Einfach reinmachen und zu hauen, oder? Ja, genau. Einfach reinsetzen. Okay. Okay. Dann hier. Hier. Zwei. Hier, hier haben wir schon mal Wasser. Zwei. Dann müssen wir gleich hier hinten ein bisschen auffüllen. Ja. Äh, das war zu viel. Ach so. Das war zu viel. Zu viel Wasser geht nicht. Doch, das war zu viel. So viel gibt's nicht. Doch. So, gut. Doch. Gibt's. Ähm, so. Jetzt müssen wir hier drum noch eine Reihe ziehen. Ja. Ja. Heißt, wir fangen hier an. So. Das geht's halt mit diesen Eisblöcken viel schneller. Ja, vor allem kannst du den immer bei dir tragen. Also du musst nicht. Ja. Oh, hier hinten müssen wir den Baum, den muss ich mal hier wegmachen. Mach nur. Genau, das ist dann die letzte Reihe, die ich jetzt gerade aufbaue. Also die letzte Reihe an, ähm, Zuckerrohr und dann kommt, muss aber außen drum noch eine Reihe Wasser. Mhm. Damit eben die Außenreihe auch gefüllt wird. Okay. Ich gucke. So. So, 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 so. Kriegen wir schon hin. Ah, klar. So. Zwei. Da, da, hier. Genau. Und hier. Weil er hat halt schon einen guten Ertrag mit, auch für den, wird's ja wahrscheinlich für die Biogasanlage nutzen. Ja, genau. Und ich will ja nicht immer um die ganze Insel laufen, wegen der, das nervt auch schon langsam. Ja, ne, da ist das auf jeden Fall eine gute, weil ich jetzt nicht mehr so, dass ich habe das hier auch genutzt als Biogas, also zum Biogas herstellen. Ja. So, jetzt muss ich hier auffüllen. So. Gleich haben wir's geschafft. Ja. So, und jetzt muss, oh, genau, hier außen kommt nochmal Zuckerrohr hin. Ja, hab ich ja wohl Zuckerrohr mit, das machen wir dann schön langsam, dass die Folge früher zu Ende ist. Sollen ja 15 Minuten werden. Ja, 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 ich mach hier schon, muss nur immer ein bisschen gucken, dass es auch passt. Ja. Da hat er Bäume im Weg hier, hast du da im Grundstück gemerkt, Bäume wie... Ja, die wachsen aber von alleine. Am Anfang waren da gerade ein paar. Und jetzt ist hier schon alles voll mit Bäumen. Das kommt doch durch die Bienen. Die sitzen ja auch. Und ich glaub, wegen dem Season-Mod auch. Ja, stimmt. So. Und dann hier auch noch. So, jetzt haben wir hier, dann müssen wir hier noch... Oh, schon wieder ein Baum im Weg. Einfach abreißen. Güte. So, 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 so. Ja, und bevor ich's vergesse, irgendwer, wer halt zuschaut, der Alarm für Cobra 11 auch schaut, äh, ich muss das Spiel nochmal von vorne spielen, weil, ja, der Spielstand weg ist. Sagen wir's mal so. Also wird's ein bisschen dauern, bis ich in der nächste Folge rausbringe. Der Spielstand hat sich einfach verdünnisiert. Genau. Der wollte nicht mehr. Das hat schon ein ganz schön großes Feld, dass ihr... Ach. ...wegmachen musst. Ach, da draußen kommt dann auch nochmal Wasser. Ja, ja, damit die Außenreihe von dem Zuckerrohr eben... Ach so, ich dachte, das wär schon die Außenlinks, was ich da mache. Jetzt lass mich mal überlegen. Mein Chatpack nennt, ne, Moment. Ähm, zwei, zwei... Ne, genau, hier außen kommt noch ne. Okay, gut. War die bei dir auch so groß, echt? Ja. Okay. Sieht nachher noch mächtiger aus, wenn der Zuckerrohr gewachsen ist. Ja, klar. Ich hab bald keinen Platz mehr auf meiner Insel. Muss ich bald umziehen. Ja. Ich kenn das. Ja, ja. Wenn der Platz nicht mehr ausreicht? Dann... ...muss man ausbauen. Genau. Wenn wir ausbauen oder eine neue Insel holen. Ja, eine Insel kopieren und irgendwo in die... ...bamper hinstellen. Oh, dann kannst du bauen, wie du willst. Genau. Am besten außerhalb von dem Kreis, damit da keiner zu mir kommt. Ne. Ja. So, jetzt müsste... Das müsste eigentlich... ...was mach ich denn hier? Was ist jetzt... Ach, nein, oder? Hör mal auf. Stopp, stopp, stopp. Ich hab hier... Hier ist ja nur eine Reihe breit. Oh, Mann. Ja, was? Ich hab die falsche Reihe weggemacht. Achso, zwei breit, ne? Muss ja zwei breit sein. Ah. Ja, warte. Ja, ich... Hab mich schon gewundert. Das sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja, unter den Surkin Harvester kommt dann diese Electrical Engine rein, ne? Ähm... Ja, 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 von unten kannst du den antreiben. Da haben wir jetzt überall zwei rein, ja? Zwei, zwei... Was haben wir denn hier hinten gemacht? Hier stimmt doch was, ne? Ja, stimmt doch. Ja, hier stimmt's nicht, ja. So. Ach, weh, no. Wo mach ich denn jetzt den schönen Schalter hin? Jetzt muss... Ja, gut. Du kannst ja... Du kannst ja den Schalter... Du musst halt damit... Damit rechnen, dass einfach dann in der Region du nix anbauen kannst. Aber das ist ja nicht so schlimm. Dann würde ich vielleicht hier und hier... Du... Ach, nee, das geht ja trotzdem Wasser hin. Äh... Oder du musst das Ganze einfach hochsetzen. Dass du quasi... Unter die End... Da, wo die Engine jetzt ist, einen Block hinsetzt. Ja, okay. Und alles... Alles eins hochsetzt. Das schaut, glaub ich, besser aus. Machst du hier so. Genau. Und dann kannst du hier den Schalter hinmachen. Und dann hier die... Engine. Ja. Der Schalter. So. Das reißen wir nochmal ab. Was das... Nach oben zeigt. Ja. Ja, genau. So, dann müssten wir eigentlich auch hier... Das alles... Ja. Ah, ja, ja. So ist alles richtig. Strom brauchen wir dann auch noch. Welche? Ja, aber wo wollen wir den denn hernehmen? Ja, von der... Ähm... Dings drüben. Da habe ich vier Solarzellen da vorne. Und Badbox. Können wir dann da herfahren mit Glasfaser. Ja, ja, dann müssen wir da mit unten drunter herfahren, oder? Joa, das machen wir dann schon. Ich mache einfach mal das Zucker rein. Kannst du mir natürlich auch was ein bisschen Zucker geben? Äh, ich habe nicht so viel. Aber wohl da. So. Ja. Die Blumen überall. Oh, die arme Blume. So. Ja. Weichen. Mir scheint so die Sonne hier. Ins Fenster, das ist ja mal... Oh, super. Vor allem ist es seit langer Zeit mal wieder schön Sonne zu sehen. Ja, das stimmt, ja. So, es ist auch voll die Sonne. Es wird langsam. Langsam geht es wieder Richtung Sommer. Gott sei Dank. Ich kann den Winter nicht mehr sehen. Nee. Nee. Gar nicht mehr. Ich finde es zwar Winter auch ganz cool, aber irgendwann... Ja, aber nicht da, weil es dauernd schneit und... Schnee schippen. Vor allem mit dem Auto und... Das ist doof. Ja, das stimmt. Autofahren ist dann immer ein bisschen... Riskant. Ein wenig. Ja. Jetzt musst du wenigstens nicht mehr immer quer um deine Insel laufen. Ja, das stimmt. Vielleicht gleich dann mal alles abreißen. Ah, ich hab keinen Zuckerraum mehr. Hilfe, Hilfe. Ich auch, man. Okay, dann geh ich mal schnell da holen. Jetzt kommen ja die ganzen Monster. Soll ich das ganz bis zum Boden abmachen dann? Äh, du meinst wegen dem Kabel? Ne, ne. Ob ich hier die Zuckerrohr... Achso, ja, ja. ...bom Boden abmachen soll. Ja, klar, kannst du einfach machen. Dann geh ich in die andere Ölchen. Okay. Alles weg damit. Das ist halt das Blöde. Man muss es einmal komplett aufgebaut haben. Dann geh das Ding eben von alleine. Aber... Aber braucht man die unterste Reihe, oder das wachst du dann nicht von alleine? Ja, es wächst halt immer... Es macht immer nur die oberste Reihe weg. Mhm. Aber das wächst so schnarr. Ach, du kriegst ja so enorm schnell... ...deine Blendballs. Ja, denke ich mir. Es ist halt auch immer nervig, die ganze Insel da rumzulaufen und... Richtig, und so hast du es dann in Einheit zu treffen. Genau. So, ich bin... Ach, ne, hier drüben geht es weiter. Ja, es geht um die ganze Insel. Wer das gemacht hat, ja. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwann ist ein komischer... Der hat wohl Langweile gehabt. Ja. Den muss man... Langweile gehabt haben. Ja. Ja, du musst ja eh ab. Du brauchst es ja dann eh nicht mehr. Aber seitdem der Gärtner nicht mehr da ist... Da wuchert er das. Tja. Na, hoffentlich kommt der bald wieder. Tja. Da hat er nichts mehr zu tun. Ne. Man kann er Kisten entleeren. Auch ein guter Gärtnerjob. Ja. So, ich hab jetzt... Ach du Jemini. Also, ich glaub, das was ich hab... ...reicht schon. Ach. Oh. Kannst du dir ein bisschen mitnehmen? Für deine Zuckerraub, wenn du wieder welche machst. Ja, ähm... Ja, werde ich mit Sicherheit. Wo muss ich denn jetzt hin? Als bin ich bei Ackerhüpfer. Eier. Ja, ich bin da auch grad. Wahrscheinlich komm ich dir gleich entgegen. Ich bin schon grad wieder... ... bin ich bei deinem Creeper. Ja, ich mach nur schnell die Runde fertig. Dann haben wir wenigstens das ganze Zuckerraub hier weg. Ja. Ich baue schon mal weiter auf. Mach das. Ich werde dann gleich noch mal Glasfaserkabel schnell machen. Damit wir das verbinden können. Ja. Weil ich vorgese mich auch gleich aus. Wow, Creeper. Ach, lass mich. Alles. Noch ein Creeper. Hilfe. Ja, dass Zuckerraub hinsetzen, das dauert halt immer. Das ist... Nein. Aber wenn du einmal sitzen hast, dann ist es egal, weil dann passt es ja. Ja. So. Bin im Anmarsch. Boah, Skelett. Gesletten. Gesletten. So. Oh, hier außen muss noch Wasser hin. Nee, da ja dann. Ja, mach ich gleich. Boah, da kann ich nämlich sonst kein Zucker noch hinmachen. Ja, warte, mach ich das Wasser weiter, dann machst du es. Kannst du mir das Eis geben, dann kannst du schon mal... Ja, ich habe ja kein Eis mehr. Ich mache das mit dem Eimer. Ach so. Ja. Aber jetzt wo wir stilles Wasser haben, ein Teil, da geht es ja eh. Da brauchst du nur auf die andere Seite gehen und wieder... Stimmt, ja, klar. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Stimmt, stimmt. Wo haben wir denn jetzt alles? Muss man immer mal hochfliegen, sonst sehe ich das nicht. Siehst du, vollarter Zuckerer. Kein Zuckerer mehr. Oh. So. Ups. Nicht wieder reinlaufen. Ja, hier in die Ecken, wo eben kein Zucker hingepflanzt werden kann, da kannst du ja fucking oder so hinmachen, dann hast du wenigstens keine Monster hier. Genau. Kann das sein. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe wegen dem Seasons-Mod, ähm, ich habe meine Zuckerüberfarm direkt mit Glas überdacht. Ich weiß aber jetzt gar nicht, ob dir das was ausmacht oder ob du in einem Biom bist, wo das egal ist. Ach so, Weizen und so wird bei mir nicht kaputt. Ich weiß es nicht. Ja, ne, wenn Weizen nicht kaputt geht, dann geht Zucker aber wahrscheinlich auch nicht kaputt. Kann man ja mal testen. Wenn nicht, muss ich halt das Zucker wieder neu platzieren. Ja, aber das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Ja, aber Wasser gefriert eh nicht ein bei mir. Ja, ne, dann kann auch, glaube ich, nichts passieren. Ja. So. Du kannst doch jetzt immer von hier hinten nehmen, du musst nicht immer rüber gehen, gell? Ja, stimmt. Ach, was spart du dir denn weg? Stimmt. Ja, das, wenn du Wasser ist halt, naja. Ist ein dummer, aber. Aber wie gesagt, wenn sie einmal steht, dann hast du halt wirklich dauerhaft deine Blendwalls gesichert. Ja. Und hier außen kann jetzt keine Zuckerreihe mehr hin. Allee, das ist die End. Also bis hierhin baut er es ab und weiter baut er nicht ab. Okay, gut. Ach, hier müssen wir zu machen. Was geht das da rein? Oh ja, da habe ich. Hast du wieder gepusht? Ja, da habe ich ein bisschen gepusht. Schäm dich. Ja, okay, mach ich dann. Ab in die Ecke mit dir. Ich muss noch Zucker dahinten. Ja, danach. Okay. Ich gehe dann mal schnell noch ein paar Glasfaser holen. Ja, ich gucke, ob alles angepflanzt ist. Ja. Mach das. Ja, ist alles angepflanzt. So, ein paar Dias. Sieben Dias. Machen wir gleich jede Menge Kabel. Ähm. Soll ich schon mal ein Stück... Willst du unterirdisch lang gehen, oder? Ja, gehen wir unterirdisch lang. Warte mal, dann gehe ich mal von der Mitte. Gehe ich einfach mal Richtung Weizenfarm. Äh. Ja, oder, ähm, du musst halt da zu den Solarzellen dahin, zur Bettbox, wenn du das siehst da. Es ist näher, ähm, Gummifarm. Das sind vier Solarzellen. Dass wir da irgendwie hinkommen. Äh, ach da. Ja, 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 da kommen wir hin. Das ist kein Problem. Müssen wir halt nur ne... Äh, ne... Einmal um die Ecke. Ja, genau. Da will ich hin. Um die Ecke... So, das wird aber reichen. 30 Stück, oder? 30 Stück Klaus-Faser. Ach, machen wir einfach, wenn ich das hin will. So, wo haben wir denn hier die blöde Bettbox? Die ist da. Das heißt, wir fragen, wo kommst denn du her hin? Weil wo, 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 wo? Ich wusste es doch, Alter. Eins, zwei, drei. Ich fahr hier her. Ich hab jetzt ne Schaufel mit Tiki Touch. Hab ich auch, aber... Ich nutz die nicht. Sonst ist, ähm, Glück. Besser. So, hier, ich hab schon mal einen Weg angefangen zu buddeln hier. Gut. Ich komm von einer anderen Richtung. Muss man nur gucken, dass wir uns auch treffen, nicht das mal? Ja, ich seh deinen Namen, also... Äh. Äh, warte mal, wo bist denn du jetzt? Ich seh deinen Namen nicht. Bist du viel zu tief? Wo ist denn? Warte mal, bleib mal da stehen, wo du bist. Bleib mal da stehen. Hör dich auf jeden Fall. Ja, ich muss dann auch eins runter, oder zwei, oder drei, oder wo, wo bist denn du? Warte mal. Ah, jetzt richtig, da bist du. Du musst runter, glaub ich. Noch eins runter. Warte. Ey, da bist du. Ja. Okay, dann können wir hier wieder zumachen. Dann geben wir hier einfach von drei auf zwei runter, das passt doch schon. Fangen wir hier mal an, da oben. Ne, ob sich da 30 Kabel ausgehen werden, ist fraglicher. Ich glaube, nein. Ich glaube auch nicht, aber nein. Ich weiß, kann ich ja dann so fertig machen. Ist ja dann nur noch der Strom. Genau. Weil das muss ja eh erst mal wachsen. Genau, ob die Leute wissen mal, wie das so aufgebaut wird. Ja, ich mach schon mal zu hier, oder? Oben meinst du? Ja, weil da kommst du eh nicht mehr. Weil ich muss ja eh erst mal auf Höhe drei wachsen, bevor das abgeendet wird. Das dauert ja eh. So, jetzt müssen wir wieder Kabel machen gehen. Aber ich würde sagen, an der Stelle verabschieden wir es da von den Zuschauern. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.